Ja Kinder, das ist die Party Night. Good people, good party. Party now, you start the party. Meine Güte, es steht da viel drauf. Von Komet Feuerwerk vier fantastische Tischbomben. Einmal hier, wie sieht das so im Rundum aus? Und einmal die Rückseite Komet Tischbomben Sortiment 7 Tischfeuerwerk der Kategorie F1 mit einer NEM. Von 0,32 Gramm. Preis und wo gekauft? In der Beschreibung. Und wir machen das Ganze einmal auf und sehen. Was haben wir da? Party Night. Party Night. Party Night. Und Party Night. Also zweimal rosa und zweimal orange, würde ich sagen. Ja, schauen wir uns mal an. Fangen wir an mit der rosanen Party Night. Da drin enthalten waren einfach solche Pappdinger mit Sekt, Sekt, Sekt und nochmal ein größeres Pappding mit Sekt. Dann nehmen wir einmal eine orangene Party Night. Auch darin Pappel. Einmal mit Dollarzeichen und mit einer Münze. Dann nehmen wir rosa Party Night Nummer 2. Ja, darin wieder diese Pappdinger mit Sekt und etwas größeren Pappdinger auch mit Sekt. Und zu guter Letzt der zweite orange, ich nenne es orange, whatever, der zweite andere Party Night. Aufmerksame Beobachter wissen glaube ich schon, was uns hier erwartet. Ja, Pappe mit Dollarnoten und Münzen. Also fassen wir mal zusammen, was da drin ist. Eins, zwei, drei, vier große Pappdinger. Ja, diesen Mario-mäßigen Münzen und Sekt. Und dann, ja, etwas kleinere Pappkarten mit Dollarzeichen und oder auch Sekt. Wir schauen nochmal auf die Packung. Hier vorne fehlt der Hinweis. Hier hinten habe ich den vorhin übersehen. Ab sofort weniger Plastik, Feuerwerk und Umwelt. Ja, Kinder, sowas kommt von sowas. Dann zahlt ihr halt den Preis, den ihr in meiner Beschreibung sehen könnt, für vier Tischbumpen, wo zweimal Pappe rauskommt. Aber das ist, das ist die Party Night Party Now von Comet Feuerwerk. Wobei beobacht ich. Bis zum nächsten Mal. �h Untertitelung des ZDF, 2020